Das Luftschiff fliegt direkt zur Trog-Domine. Victor vergeudet wirklich keine Zeit. Interessant. In ein paar Minuten werden wir über Ganderhaars Gebiet sein. In der Nähe der Fabrik? Nein. Ziemlich weit davon entfernt. Außer ich mache das hier. Haben Sie jetzt vor, Charlotte zu retten? Wir müssen den Schlüssel holen, sonst könnte es böse enden. Ja, natürlich. Erst Schlüssel, dann Charlotte. Na, dann beeilen wir uns, ja? Nach Ihnen, Doc. Nice. Oh, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben uns jetzt durchs ganze Schiff gekämpft. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Und da ist er! Und da ist auch Victor. Legen wir los. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Der Schlüssel muss ganz in der Nähe sein. Danke. Oh, come on. Ich weiß nicht, was ich hier war. eine falle richtig erkannt katrina ist tot und das nur wegen eurer belanglosen einmischung und jetzt seid ihr dran es ist nicht zu spät victor wir können es beenden bevor das alles komplett außer kontrolle gerät niemand sonst muss noch sterben es reicht irgendwann sterben wir alle mal wer mit katrina bei der verwirklichung unseres traums gestorben sie hätte ihren tod sogar begrüßt aber so starb sie vergebens wie sie jetzt auch ja 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 Doktor, du bist hier. Hab's versprochen. Darf ich kurz vorstellen? Das hier ist mein Assistent, Lukas. Hallo, ich hab schon vier von Ihnen gehört. Das ist Mac. Wir hatten neulich zu viel zu tun, um richtig Hallo zu sagen. Sehr erfreut. Meine Liebe, wir haben es leider sehr eilig. Aber die Welt könnte enden, wenn wir nicht schnell zur Troktomide gelangen. Sind noch irgendwo intakte Luftschiffe übrig geblieben? Wie wäre es hiermit? Das war mein letztes Projekt für Gandaha, bevor ich erfuhr, was er in Wahrheit vorhatte. Das ist brillant. Und erst die Waffen. Schön. Können wir gut gebrauchen. Aber Doktor, es gibt ein Problem. Die Kobolde haben hier alles mitgenommen. Ich habe keine Relikte, um den Motor zu starten. Es dürfte kein so großes Problem sein. Mac, wärst du so freundlich? . Untertitelung des ZDF, 2020